Kameo 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 So zum Beispiel ist Regisseur Dieter Wedel dafür bekannt, dass er in all seinen Mehrteilern in irgendeiner Folge eigentlich immer zu sehen ist. Zudem ist es Deutschland mitunter auch gelungen, selbst internationale Stars für einen Kameo-Auftritt zu gewinnen. So beispielsweise geschehen in der 1055. Folge der Serie Lindenstraße, als Larry Heckman unerwartet das Reisebüro Ehrlichreisen betrat, welcher ebenfalls bereits, gemeinsam mit Linda Gray, Anfang der 1990er Jahre in ein Schloss am Wörthersee zu sehen war. Des Weiteren wird mitunter auch gerne auf beliebte Fernsehfiguren zurückgegriffen, die Fernsehgeschichte geschrieben haben. So geschehen in der US-amerikanischen Comedy-Serie Young Sheldon, als man plötzlich völlig überrascht Allzugesicht bekam. Gerne könnt ihr euch diesen Kameo-Auftritt mal anschauen, wenn ihr mögt, da ich ihn soeben in die obere rechte Ecke meines Videos verlinke, denn das ist wirklich eine kleine, aber schöne Reise in die Vergangenheit. Übrigens, Kameo ist nicht zu verwechseln mit Nebenrollen. Immer wieder wird vom Publikum nämlich fälschlicherweise angenommen, dass Nebenrollen gleichbedeutend mit Kameo-Auftritten sind. Dem ist nicht so. Kameo ist lediglich ein sehr kurzer Auftritt einer berühmten Persönlichkeit, die nicht einmal wirklich einen Zusammenhang zur eigentlichen Handlung herstellen muss, während dessen Nebenrollen zwar eine sekundäre Bedeutung haben, jedoch von immenser Bedeutung für die Geschichte eines Films oder einer Serie sind.